Ich habe Instant Karma kassiert. Oh nein! Denn ich habe eine Challenge aufgenommen, wo ich einen Win machen musste, ohne einen einzigen Schuss zu verfehlen. Dabei bin ich bei Reckless Warris gedroppt und konnte erstmal die ersten beiden Leute da direkt weg machen. Oh, let's go! Den nehmen wir doch direkt mit. Ich hatte Angst, dass der auf einmal anfängt zu bauen, deswegen habe ich noch ein bisschen gezögert. Als ich dann rausgekehrte, habe ich noch einen dritten mitgenommen und kam dann zu einem an der Tankstelle, der richtig lost war. Ich will dich wissen. Das ist die beste Taktik. Und hier ist direkt der nächste Gegner. Moin. Warte, ich bin mir noch nicht sicher, hätte ich ihn oder hätte ich ihn nicht? Ich gehe mal lieber safe, ich schieße lieber auf den Board.